Der AMBOSS Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit LDL-Senkung 4.0. Gibt es bald einen potenten Kombinationspartner zur Statin-Therapie? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Anna-Lena und Patricia, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen. Ein erhöhter LDL-Cholesterin-Wert gilt ja nachweislich als ein maßgeblicher Risikofaktor für die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen. Das wissen wir ja. Und seit mehr als 25 Jahren werden Statine genutzt, um den LDL-Wert zu senken. Jetzt gibt es aber ja immer wieder Patienten, die trotz maximaler Statin-Therapie nicht ihren LDL-Zielwert erreichen. Anna-Lena, du stellst uns heute eine Studie vor, bei der es um einen potenziellen Kombinationspartner zu den Statinen geht. Kannst du uns kurz erläutern, was in der Studie untersucht wurde? Ja, total gerne. Ich fand die Studie nämlich wirklich spannend. Und zwar geht es da um ein neues Medikament, Bampedui Acid, kurz auch BA. Und ich bleibe hier tatsächlich auch bei der englischen Abkürzung, weil es nämlich im Deutschen sich noch gar kein Name dafür etabliert hat. BA wirkt ähnlich wie die Statine, indem es in die Cholesterin-Biosynthese eingreift. Es ist auch ein Enzyminhibitor. Und zwar inhibiert es das Enzym ATP-Citratliase. Allerdings greift es ein bisschen früher in die Cholesterin-Biosynthese ein als die Statine. Deswegen ist es eben wirklich auch ein neuer Wirkansatz sozusagen. Und in der Clear Harmony-Studie untersuchte jetzt der Hersteller, da Ichio Sankyo, inwieweit Bampedui Acid sicher und effektiv ist. Und zwar haben sie über 2.200 Patienten über einen Zeitraum von einem Jahr beobachtet. Also bei Statinen weiß man ja, dass sie die LDL-Cholesterin-Werte teilweise bis zu 50% senken können. Was haben denn die Daten dieser Studie zu dem neuen Medikament BA ergeben? Da bin ich jetzt gespannt. Also Patricia, bevor ich sofort zu den spannenden Ergebnissen komme, würde ich einmal ganz kurz noch erklären wollen, sozusagen wie das Setting der Studie war. Wichtig ist vielleicht nämlich auch noch zu wissen, dass die Patienten, die eingeschlossen wurden, alle die für sie maximal tolerierbare Statin-Dosis erhielten und dann quasi zwei Gruppen gebildet wurden. Einmal haben die Patienten zusätzlich zu ihrer Statin-Dosis auch noch Bampedui Acid bekommen und in der anderen Gruppe eben ein Placebo. Und es waren alles Patienten mit einer bekannten kardiovaskulären Erkrankung und oder einer familiären Hypercholesterin-Werte. Und jetzt zu der spannenden Frage sozusagen, um wie viel Prozent konnte das Cholesterin gesenkt werden? Durch die ergänzende Gabe von BA war eine zusätzliche Senkung des LDL-Cholesterins um etwa 19 Milligramm pro Deziliter möglich. Und das bedeutet eine zusätzliche Senkung um ungefähr 16 Prozent. Okay, das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus? Also man muss natürlich sagen, dass die Langzeitfolgen des Medikaments noch nicht bekannt sind. Denn die Studie hat die Sicherheit im Hinblick auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen über einen Zeitraum von einem Jahr verfolgt. Und hier zeigen sich jetzt erstmal keine Unterschiede bei der Anzahl schwerer Nebenwirkungen zwischen der Interventionsgruppe und der Placebo-Gruppe. Und zwar auch nicht im Hinblick auf Myalgien oder Muskelschwäche, was ja so eine typische Nebenwirkung von Statinen ist. Also willst du damit sagen, dass praktisch nichts Negatives berichtet wurde? Doch, man muss sagen, drei Dinge sind tatsächlich auffällig. Allerdings gelten die eben nicht als schwere Arzneimittelnebenwirkungen. Erstens, in der BL-Gruppe war eine Häufung akuter Gichtsymptome zu beobachten. Und zweitens zeigte sich auch eine höhere Anzahl von Todesfällen in der BL-Gruppe. Allerdings war die vor allem auf Malignome zurückzuführen. Und die Autoren der Studie führen das darauf zurück, dass es sozusagen zufällig eine ungleiche Verteilung zwischen den Gruppen, also zwischen Interventionsgruppen und Placebo-Gruppe gab und sehen hier keinen kausalen Zusammenhang zur Gabe von BL. Und drittens, es traten auch mehr kardiovaskuläre Todesfälle auf in der BL-Gruppe. Und hier muss man sagen, auch schon in früheren Studien, wo es eben Therapien mit Lipidsenkern gab, konnten teilweise solche paradoxen Effekte gesehen werden, dass es eben nicht zu einer kardioprotektiven Wirkung kommt, trotz sozusagen verbesserter Blutwerte, sondern eben zu mehr kardiovaskulären Ereignissen. Eine Erklärung dafür gibt es bislang nicht. Aber davon habe ich auch schon gehört. Und du sagst ja eben, Malignome sind aufgetreten, es zeigen sich eine höhere Anzahl an kardiovaskulär bedingten Todesfällen. Das lässt ja erstmal sozusagen aufhorchen. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum es eine weitere Studie gab zu genau diesem Thema, die dann ja auch im New England Journal of Medicine gleichzeitig veröffentlicht wurde, eine sogenannte männliche Randomisationsstudie. Erzählst du uns dazu noch ein bisschen mehr? Ja, also einmal grundsätzlich dieser Studientyp, also männliche Randomisationsstudien, machen sich eben genetische Unterschiede zunutze. Ja, wir alle haben eine genetische Variabilität und jetzt kann man also schauen, inwieweit es sozusagen eine genetische Variation gibt, die quasi das Medikament imitiert. Und der Vorteil ist, dass man dann einfach schauen kann, wie diese Wirkung dieses Polymorphismus ist und gar nicht erst tausend Patienten oder noch viel mehr quasi behandeln muss und dann warten muss und gucken muss, was dabei rauskommt, sondern einfach schaut, ganz natürlich, Patienten mit diesem Polymorphismus, was hat das für Auswirkungen bei denen. Und gibt es denn eine genetische Variation, die den Effekt von BA emittiert? Ja, genau, die gibt es tatsächlich. Und zwar ist das ein Polymorphismus, bei dem es also zu einer geringeren Aktivität von ATP-Citratlyase kommt, also genau dem Enzym, was ja gehemmt wird durch BA. Und ganz interessant ist, dass es auch einen Polymorphismus gibt, der sozusagen Statine imitiert, also wo es zu einer geringeren Aktivität der HMG-QA-Reduktase kommt durch den Polymorphismus, was ja sozusagen das Schlüsselenzym ist, was bei der Statintherapie gehemmt wird. Und jetzt kann man also ganz gut vergleichen diese zwei genetischen Polymorphismen. Und das wurde genau getan in der Studie. Okay, und wie war da das Ergebnis? Also beide Gruppen wiesen ähnliche kardiovaskuläre Risikoreduktionen auf. Ja, und keine der genetischen Variationen war mit einem erhöhten Risiko für Malignome assoziiert. Das heißt, das ist erstmal so ganz gut und beruhigend. Und früher konnten Statine ja auch schon zeigen, dass eben sie wirklich auch zu einer kardiovaskulären Risikoreduktion führen. Und genau das wurde jetzt halt auch gezeigt bei diesem Polymorphismus, der quasi Statine imitiert. Und ganz interessant, auch der Polymorphismus, der BA imitiert, führt eben genau zu denselben kardiovaskulären Risikoreduktionen. Deshalb kann man daraus jetzt Schlussfolgern oder hoffen, dass die kardiovaskulären Todesfälle, die in der Clear Harmony Studie aufgetreten sind, eben nicht ursächlich auf BA zurückzuführen sind, sondern irgendwelche anderen Gründe haben. Trotzdem muss man natürlich sagen, männliche Randomisationsstudien ersetzen keine prospektiven, placebo-kontrollierten großen Studien. Ja, sondern sie können nur so einen Hinweis geben. Und vielleicht auch noch ganz interessant, die Studie wurde von Experian Therapeutics mitfinanziert, die zur Entwicklung von BA beigetragen haben. Und auch die Clear Harmony Studie wurde ja vom Hersteller finanziert, was aber auch nicht verwunderlich ist. Schließlich sind die Hersteller ja zu solchen Sicherheitsstudien oder zu solchen Studien auch verpflichtet. Okay, also aber wenn wir sozusagen das jetzt nochmal zusammenfassen, kann man sagen, dass BA ein neues Medikament ist, das jetzt eben in der Phase drei Studie getestet wurde und das LDL konnte tatsächlich gesenkt werden. Aber man muss im Grunde die Daten auch noch mit Vorsicht genießen, weil eben ja auch noch die prospektiven Studien fehlen und dass man die einfach noch abwartet. Ja, genau. Und vor allem ist es auch wichtig, die prospektiven Studien abzuwarten, da ja in der Clear Harmony Studie im Prinzip nur die Sicherheit und Effektivität des Medikamentes getestet wurde. Und jetzt muss sozusagen in den prospektiven Studien auch noch gezeigt werden, dass diese LDL-Senkung, die durch BA erreicht werden kann, auch zu einer Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen führen kann. Wunderbar, vielen Dank. Da hast du uns zwei spannende Studien vorgestellt. Jetzt zum Schluss verrätst du uns noch den Originaltitel. Beide Studien wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht und die Publikation zur Clear Harmony Studie lautet Safety and Efficacy of Bampeduric Acid to Reduce LDL Cholesterol und der Titel der Mendel'schen Randomisationsstudie heißt Mendelian Randomisation Study of ACLY and Cardiovascular Disease. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Vielen Dank. Genau, bis in zwei Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com slash podcast.